Für die bevorstehende Bürgermeisterwahl betreibt der CDU-Kandidat Frank Nase den mit Abstand aufwendigsten Wahlkampf. Dabei wird er von prominenten Mitgliedern seiner Partei aktiv unterstützt. Das ist eine von vier thematisch gebundenen Veranstaltungen, in denen der CDU-Kandidat die Sicht der christlichen Demokraten auf aktuelle Probleme verdeutlichen möchte. In diesem Fall geht es um das umstrittene Kinderfördergesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Selten hat ein offensichtlich gut gemeintes Gesetz so viel Unfrieden gebracht, denn obwohl noch nie so viele Landesmittel für die Kinderbetreuung ausgegeben wurden, die Rede ist von 370 Millionen Euro im Jahr, sind die Elternbeiträge in unverschämte Höhen geklettert. Im Spagat zwischen dem Landesgesetz und den zu Recht empörten Eltern die Kommunen, die sich ebenfalls nach diesem Gesetz richten müssen. Ob es einem CDU-Bürgermeister gelingen kann, in der Einheitsgemeinde Barleben die Kosten für die Kinderbetreuung fairer zu gestalten, hängt nicht nur alleine von ihm ab. Es ist eine komplizierte Materie, die flexibles und kreatives Handeln erfordert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017